Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu dem extra Video am Samstag. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde Samstag immer so andere Games zu klagen. Letztes kam ja mal Fall Guys, jetzt kommt Among Us, wie ihr seht. Und ich habe mir einfach gedacht, dass ich am Samstag einfach so jetzt mal random irgendwelche anderen Games zu klagen. Neben Minecraft. Minecraft kommt trotzdem noch dreimal die Woche, nur dass ihr wisst. Und am Samstag kommt ab und zu nicht jeden Samstag einfach mal so eine Among Us Ding, weil sie es halt eben gerade anbietet. Oder halt wie damals das Fall Guys Ding. Dafür ist der Samstag da, Freunde. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und zwar, Freunde, ja, ich habe es auch schon gesagt, wir haben Among Us gespielt. Wir haben zusammengespielt mit Kevin, Papa Platte. Watch this, ihr werdet proud of mich sein, okay? Trimax. Ja, was? Ja, ja, was war das denn? Karl war dabei. Neunter, ist das gut? Danny. Aber actually, ich habe mal gehört, dass Blauwale so harte Geräusche von sich abgeben können, dass wir Menschen diesen Ton gar nicht ertragen können und wir explodieren. Es waren tausende Leute dabei, Mods von Kevin. Ich weiß, ich habe auch safe irgendjemanden vergessen. Auf jeden Fall waren viele Leute dabei, Reese, glaube ich, war dabei. Es waren alle dabei. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Among Us gespielt und ihr seht hier jetzt quasi in diesem Video die Highlights, die besten Impostor-Runden, die ich hatte. In dem Sinne, Freunde, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, das Video liken und ich würde sagen, Freunde, let's go mit den Runden. Mute. Loll, wie oft werde ich heute? Let's go. Junge, ich und Max, ne? Nee, 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 nee. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Oh, zwei Leute tot. Also, es war mega weird, Leute. Ich bin von Weapons rüber, wollte ich runter zu Admin da und direkt mitten im Hauptweg, Cafeteria, war ein Report-Button, aber ich habe keine Leiche gesehen. Okay. Nee, also Cafeteria rüber zu. Habe ich mit nichts gesehen, Bro. Okay, Danny war oben bei Weapons, hat ganz viel rumgeschossen. Waze war da auch. Du standest daneben, das habe ich gesehen. Ja, ich stand daneben, ich habe einfach viel aufguckt. Dann habe ich Kevin und Reese gesehen und dann waren wir alle stuck, weil wir wollten gerade rausgehen. Aber die Türen waren zu. Hat jemand die Kameras angesehen am Anfang kurz? Da war ich drin. Aber wahrscheinlich perfekt. Das Ding ist, warte mal, warte mal, warte mal. Reese hat die Leiche nicht gesehen, aber die Lichter waren an. Nee, nee, es war einfach ein Report-Button, der so geflasht ist. Das hat mich gewundert, weil es sind ja, die Route sind ja mehrere Leute auch vor mir gelaufen. Aber irgendwie habe ich nur gedrückt. Wer ist die Route vor dir gelaufen? Das skippen wir. Ja, ja, das skippen wir. Was spart der Fett? Sag mich denn so an. Alright, ich weiß nicht, ob mir jemand entgegengekommen ist. Es ist Trimax, es ist Trimax, es ist Trimax. Bei Reese hat die Task gemacht, ich bin hochgelaufen und Trimax stand da. Nein, 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 links kam noch ein Spieler. Ja, hallo, Trimax. Ja, ja, links kam. Und dann hat er so ein bisschen gepiekt, aber ich weggehe und dann bin ich actually hochgelaufen und dann kam der Reporter, dass Reese hat tot ist. Also entweder ist Selfie-Port oder Trimax. Also Trimax ist nach oben gelaufen? Ich bin nach oben gelaufen. Es kamen von links zwei Spieler. Einer hat mich die ganze Zeit gesehen. Wer war denn das? Ja, wer war das? War es wie der Romatra, deine Einheit. Ach nee, ist ja gut. Guck mal, Romatra ist halt jetzt. Was ist es, wenn Trimax und Romatra am Anfang rumgelaufen sind miteinander wie immer und dann hat Trimax ihn umgebracht. Ja, ich glaube, das ist wirklich korrigiert. In die allererste Runde war ich... Nein, Marc, die Frage geht ab. Er ist auch tot. Scheiße. Trimax stand neben uns und hat sich dann nicht bewegt und dann bin ich hochgelaufen zu Admin und dann kam der Reporter. Wissen wir es schon wieder nicht? Oh nein. In der Zeit, der Fände Trimax hat es so gut gemacht. Ich will sagen, dass ich nach links gerannt bin und dann gingen hinter mir die Türen zu und Brandon war hinter mir her. Ich weiß nicht, ob Brandon versucht hat, mich... Wenn Karl wieder die Runde gewinnt, er kotz sich. Digga, warum skippt ihr nicht? Wait, ihr habt nicht geskippt. Bra moment. Das wäre ich ein bra moment. Ich habe halt alle Kills gerade Trimax gemacht. Ich habe keinen einzigen gekillt bis jetzt. Ich glaube, ich werde es nicht holen. Wait, haben wir es? Mein Gott, wir hätten es geholt. Wir hätten es geholt. Junge, ganz kurz, bevor wir reden. So, mein Arsch. Karl hat die ganze Zeit diesen scheiß Code nicht eingegeben, Junge. Ich habe 7 statt 1 gedrückt, weil ich absolut dumm bin. Also ich und Vase waren bei dem unteren bei Admin. Coach, ich habe... Komm mal runter, lass mich erst mal tellen. Auf jeden Fall, ich habe gesehen, dass Kevin von der Richtung kam, wo Brandon lag. Also ich weiß nicht, ob Kevin drin war. Ich bin... Wo bin ich? Ich bin in Navigation. Vase war auch da. Vase mega weird die ganze Zeit. Aha, warum musst du jetzt grinnen, Kollege? Ich werde nämlich auch Kevin verdächtigen. Warum denn das ist, Junge? Ich habe nichts gemacht, Alter. Doch, doch, doch. Weil Lights waren aus und die Doors bei Electrical waren zu. Und du bist hier entgegengekommen. Und Faro war der Einzige, der die Lichter gefixt hat. Wollt du mich raus, wenn ihr wollt, aber es ist ein Kabel. Kevin, jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich will. Ich wollte weiß. Ich glaube, ich will. Actually, actually will ich. Was zum Fick, Alter. Ich war die ganze Zeit bei Faro. Ich hatte Faro die ganze Zeit... Ja, ich habe jetzt auch Kevin gewollt. Keine Ahnung. Ich seid so dumm. Ich seid so dumm. Oh, mein Gott, ihr seid so dumm. Oh, wir sind wirklich dumm, oder? Oh, mein Gott, ihr seid so hohl. Junge, Danny, warum wolltest du mich, du Idiot? Weil ich dich nicht gesehen habe. Ähm, Jungs. Ich war die ganze Zeit bei Faro. Egal, jetzt, sag ich still. Jungs, ihr werdet absolut dumm. Yo, sorry, T-Mix, by the way. Ich bin dumm heute. Wisst ihr, was ich mache? Ich töte Vase. Mach mal die Tasks. Oh, mein Gott, das war doch Trimax. Oh, mein Gott, das war doch Trimax. Ich habe ihn voll getötet und du hast es gesehen. Oh, Junge, Karl, was für du? Das ist ein Freifat-Play, was ich hier mache, Jett. All right, wo? Richard, also, hör zu. Ach, Digga, zwei Tone wieder. Ach, du Scheiße, Digga. In Mad Bay. In Mad Bay war ich mit Danny und mit Vase. Ja, da waren wir am Anfang. Und dann bin ich Kameras gerannt. Aber jetzt Rees, ich bin nicht wieder komisch. Aber dann bist du an mir vorbeigelaufen. Bist du wahrscheinlich Richtung Mad Bay gelaufen. Karozo, kannst bezeugen. Ja, Rees, das ist die Sachen runter. Ich bin in O2 rein, habe Dings gemacht. Ich bin in Mad Bay, ich habe Instant die Leiche gesehen. Ich habe ganz kurz, ich war in Weapons, ich habe dich nicht vorbeigelaufen sehen. Aber ich habe mich schon rumgelaufen. Herr Kruse, dich habe ich auch nicht gesehen. Ich war in Navigations. Rees hat mich gesehen. Der war in O2, hat den Müllweg wahrscheinlich geworfen. Ich habe den ersten Tag fast Weapons gemacht oben, das Minesweeper-Game. Bin dann in Navigations gelaufen. Rees findet jetzt den einen toten Körper in Mad Bay. Danny war in Mad Bay. Danny ist Superstars. Danny verteidige dich. Bro, was ist super. Ich habe gar keinen getötet. Ich hätte Farbe und Vase killen können. Kannst du Double killen machen mit Katana oder was? Kevin stand legit unter mir und hat auf mich gewartet bis den Tars. Da habe ich den Tars gerade machen wollen und dann kam es. Ja, ich war Weapons oben und habe den Tars. Ich war Camps. Ich war Camps. Die ganze Zeit auch. Ja, ich habe euch verfolgt ein bisschen. Das Ding ist, wir wollten Danny raus und wenn Rees Danny sich angeschwert hat, dann wächst Greese. Warte, Danny rausvoten? Ja, Jungs. Ich vertraue, ich bin immer der, der Karusse war. Kevin, du hast Danny legit nicht verteidigt. Magst du bist nicht gemütet? Danke. Bitte, kein Problem. Romatra hat gedingstet. Ich habe gedingstet. Ich würde gerne mal wissen, was Max und Fabo da. Die Runde geht los. So lost. Ich wusste, dass du gedrückt hast. Oh nein. Was kommt jetzt? Fabo erzählt sie, warum konnten wir nicht weiterlaufen? Ja, weil die Türen zu waren. Die Tür war zu. Romatra kam genau, wo die Tür wieder auf war. Dann standen wir beide da. Die Türen waren zu, deswegen konnten wir nicht weiterlaufen. Romatra, das ist way too lost, Junge. Lass noch mal ganz kurz drüber reden, warum Kevin Danny nicht verteidigt hat, aber Danny es dann doch nicht gewesen sein soll. Ich glaube nicht, dass Kevin es war. Warum hast du ihn gerade nicht verteidigt? Warum kann es nicht gewesen sein? Weiß ich nicht, einfach vom Bauchgefühl. Ich habe keinen Grund dafür. Ja, bro. Bro, bro. Das Ding ist... Ja, bro. Gut, Abfahrt. Wir machen jetzt nicht nochmal die Türen zu. Das ist ein bisschen sus. Wohin? Karuso, Romatra? Ich glaube, das ist gut. Junge, Carl. Insane, das Gameplay. Insane. Holy shit. Insane. Quick, Ruka, speedrun. Karuso, der Freund ist, Kevin hätte mich verteidigen können, weil Kevin stand die ganze Zeit neben mir, wenn ich einen Task gemacht habe. Kevin hätte mich kickert und er hätte mich kickert. Das Ding ist halt, ich war halt voll fokussiert auf meine Aufgaben. Ich habe jetzt hier geblowt, die Runde. Sorry. Junge, nein. Ich und Danny, ne? Oh Gott. Was geht hier ab? Okay, ganz kurz, ganz kurz. Sorry fürs Unterbrechen. Trimax läuft die ganze Zeit hinter mir her und macht nichts. Das ist wirklich leider normal. Also, das ist ohne Witz. Ich habe jetzt schon so viel Monga-Skript. Das mache ich jede Runde mit jedem. Wir waren letzte Runde beide im Poster, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es wieder bist, so gering. Ich klaue mich an dich dran, dann habe ich einen Zeugen. Ganz entspannt. Das ist meine Taktik, jede Runde. Aber Max, das ist eine Taktik, aber das ist keine gute Taktik. Du musst Aufgaben machen. Ja, das stimmt, Bro. Ja, ja, das mache ich dann am Ende hin raus. Nein, nein, nein. Du musst nicht von Anfang an Aufgaben machen, Bro. Ich werde sterben, ich werde immer so gefokust. Ich brauche keine Stoigen. Oh, guck mir zu, wie ich diesen Lopex mache. Ja. Kevin, komm mit. Auf einmal Armee. Wenn ich jetzt wieder gekickt werde. Wenn ich droppen, dann hast du Trimax. Ich schwörs euch. Hä? Warum? Was? Max und Karl, what the fuck? Der ist übelst fast. Der ist richtig fast. Ja, ja, der war so, ja, lass Trimax raus, wo er kann als Geilste-Aufgaben machen am Arsch. Ich habe einen Report im Reactor links. Ich habe das aber nicht gesehen. Also nur dieser Button ist geflasht irgendwie. Wahrscheinlich bei Lichter. Ja, wo warst du gerade? Ja, ja, Licht war geradeaus. Wo warst du gerade? Okay, also Reactor, Reactor links, okay? Wenn ihr wollt eine Aufgabe machen, auf einmal flasht der Button. Und das Ding ist, Danny stand da halt rum. Ich habe einen Tasten. Ehm, welchen? Bro, irgendwas mit Strom? Ja, nein. Du musst so ein komisches Ding quisten. Was für ein Ding quisten? Irgendwas mit Strom, bro. Du hast Karl da hingelaufen? Ey, ich fand, also ich finde, Trimax hätte mich gerade umrufen können, glaube ich. Deswegen glaube ich, dass es Trimax nicht ist. Aber Karl war so weird, dass er so auf was du meintest gerade, Lukas. Auf einmal geht der hin und so ein Trimax hat er einmal die Alastromatora auswoten. Instant hat er das auch. Oh ja, stimmt. Ja, okay, das Ding ist halt, Karuso war die ganze Zeit halt bei mir. Eine gute Partei. Der ist halt, er hat eine gute Partei. Wir skippen. Was machen wir? Wir skippen. Ich will mich gerne passen, so viele wollt. Ich bin... Skippen. Ja, Danny ist big. Ihr haltet einfach Danny im Auge. Ihr haltet einfach Danny im Auge. Favo ist mir die ganze Zeit hinterher gelaufen, dass das Leute eingegangen kam ja auf mich. Was ist das? Ich komme nicht mehr ran, da. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen. In der Cafeteria zwei Leichen, da kam ja einer entgegen und danach ging sofort die Tür zu und ich konnte die Leiche nicht reporten. Aber wer war das? Wer war das? Also wen hast du gesehen? Welche Farbe? Ich habe alles gesehen. Er hat gar nicht weiß nix mehr. Scheiße, ich glaube ich war... Wer war am Ende bei mir? War das der Neon-Grüne? Fabo, warst du bei mir? Ich war bei dir, ja. Ich bin von Ding hoch. Wie heißt Matt Bay? Ich habe da diese... Und wer war der weitere? Ein Dritter bei uns. Jungs, zwei Leute sind gestoppen. Zwei Leute sind gestoppen. Achtung, ich habe was richtig mir. Das Caruso kommt gerade eben aus Cafeteria durch Webinar. Ich war nie in Cafeteria. Du kommst da gerade eben raus. Ich meine, real talk ernst. Digga, ihr beschuldigen sich schon, aber seit Anfang der Runde. Das ist gut, was er sagt. Das ist so gut, was er sagt. Nee, er kommt da wirklich oben raus. Sonst würde er mich er decken. Saves sind Kevin, Rhys und Trimax. Ja, Mr. Reed, du redest nur vier. Ich bin's nicht. Ich glaube auch, Emi, also ich weiß nicht, Caruso redet echt viel. Sollen wir Caruso-Voten? Nein, ich war mit Trimax und Kevin richtig lange in Electrical. Es sind zwei Leute tot. Ich kann keinen davon umgeben. Da ist auch ein Van in Electrical, der zum Matt Bay geht. Ich will es nur sagen. Da ist auch ein Van. Da ist auch ein Van. Ey, es sind Fabo und Carl. Oh mein Gott, du blöd. Alles klar. Yo, Caruso-Voten. Ich meine es richtig ernst. Caruso-Voten. Caruso-Voten. Fertraut mir. Wer traut mir einmal. Was machen wir? 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 Ja, Carl. Ich meine es wirklich ernst. Ich meine es wirklich ernst. Danke. Oh mein Gott, danke. Let's go. Kann halt auch easy von Electric hochgewendet sein. Ich glaube, das war gut. Ich bin mitten vor vier Leuten rausgewendet. Keiner hat es gesehen. Was ist das? Ich töte Max nicht. Ich sperre ihn aber hier ein. Ich muss jetzt einen Kill machen. Trimax, wir haben es gesehen. Das war Danny. Alright. Wir haben es einfach gesehen. Wir haben es einfach gesehen. Warum gebt ihr mir jetzt die Schuld? Ich habe jetzt nichts gemacht. Also ich will nur mal sagen, dass ich auch einfach... Ich hätte dich 15 Mal umbringen können, Max. Ich vote für Danny. Wenn das nicht ist, bin ich unfassbar lost. Ich glaube auch, es ist Danny, weil er am Anfang einfach weggesplittet von uns. Er hat geguckt, okay, wir gehen alle nach unten. Oder Danny, oh scheiße, wir gehen alle nach unten. Gehe ich nach oben. Mann, ich dachte, es leben noch so viele. Ich hätte Max hier auch umbringen können und hätten wir gewonnen. Oh mein Gott, das ist dumm. Das muss er noch hochladen, ne? Jawohl, Danny! Wir haben gewonnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin der erste... 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 Hey, GG, Webpack! Base wollte Fabo reporten, weil Fabo aus dem Band kam. Junge, es war so fein, dass es genau vor dem Band kam. Hey, ich bin vor fünf Leuten aus dem Band und keiner hat es gesehen. Danny hat voll Reasons Augen, um mich so umgebracht. Ich überlege, scheiße, was soll ich tun, was soll ich tun? Und dann zack, habe ich aber Base getötet. Junge, da waren 15 Leute und wir haben einfach so offensichtlich zwei Leute um. Oh Junge, so eine kranke Runde. Ey, Digga, wie wild.